Na, ich muss mal was rausnehmen. Sag dir mal, da soll das Tor vorne aufmachen, dann lass mich in Ruhe. Nix, ich hab doch die Spikes weggemacht. So? Okay, gut. Dann zieh ihn auf die Seite runter und lass nur nachfallen. Achso, ich dachte... Warte. Ich hab nur Narkose gefüttert. Narkose bei 50 Stück. Ich kann das auch freiwillig alles wegmachen, aber jetzt nicht mehr. Ja, wir haben ja echt hart gettry, muss man schon sagen. Gutes Internet hat dein Kollege. Hat er schon recht. Hätten wir es jetzt gemacht, wäre es ein bisschen witziger gewesen. Der fällt da wie ein Bissanzack. Aber wenn du jetzt hier runter schaust... Nee, schade. Oder noch, man sieht ihn. Wie er rumzappelt. Oh, 31 gespüttetes Fleisch nenn ich mit. Unten angekommen. Ja, jetzt müssen wir aber dran denken, ne? Jetzt müssen wir bei uns auch was haben. Wir müssen immer wieder checken, dass er nicht weiterbaut. Er ist Suicide Monkeys. Das war aber nicht der Tribe, den wir gerailt haben, oder? No, no. Der Tribe hieß Ninja. Ey, das ist halt aber ein anderer Tribe hat dann auch von der. Ich bin froh, der ihre Base besitzt. Cool. Ja, warum ist denn da ein Terry, what the fuck? Ist das geil? Cajun? Als ob wir einen Terry getamt haben, alter. Als ob wir einen Terry getamt haben, alter. Ja. Hä? Das hab ich gemacht. Wie langweilig kann dir sein? Das wurde mit 30, aber passt schon. Komm. Überleben wir mal über die Insel fegen mit dem Ding. Ich hatte einen 260er Bogen. Schau mal Leder jetzt, ey. Hab das einfach geteilt. Ja, Leder ist grad nicht das Problem, was ich jetzt brauche. Äh, das Chitin am besten. Chitin ist dieses Smithies drin. Dann würde ich Tement herstellen. Und aus. Leute, ich schleiche ganz schnell alle Hälzerin, ne? Ja, dann nimmt ihn doch jemand bloß ab. Der Terry nimmt 3 sich in der ersten Saison. So geil. Terry. Damit hätten wir den raiden müssen. Der hätte uns dann noch größere Schwitzer beleidigt. Dann Terry kommt nach 10 Minuten oder so. Der war eine größere Tür oder zwei In-Gänge. Nein, wir werden immer nur einen Eingang haben. Und die Tür wird auch eine größere. Wir saßen nur, weil wir uns grad gegenseitig blockiert haben. Wir kriegen nicht mal eine Tür geschlossen. Ja, nein. Ja. Ich nehme dir einen Schrank, wo ich bei dem geloot habe. So wie es aussieht, kann ich gleich einen Fabricator machen. Der hat in die Schranke in einer 1 hohen Base. Tja, er hat eine Innenstrecke gehabt. Wo haben wir denn eine Batschikate her? Wo haben wir die Gefärben zur Rüstung her? Doch, doch. Gefärben? Nein, dann kriegst du Farben. Farben, Farben. Die man hat immer überall Farben drin. Alles klar. Eine bunte Persönlichkeit. Wir zahlen haben jetzt erstmal für eine kurze Zeit genug. Ja. Spawnen wir Poli. Irgendwie. Äh, Teleporter halt noch. Ja, aber wir können kein Craft ohne Poli. Echt nicht. Nein. Das habe ich nicht gedacht. Normal, ja. Ja, mit Raptoren dann rüberflitzen, sobald man will zu spawnen. Kannst du auch so eine Ente kaputt machen, wenn du... Ja, wenn die welche sind. Wo? Dschungel zwischen den Dschungelsachen, bei den Flüssen dort. Dort gibt's Enten. Mutlich einfacher, die Enten, die geben genug Poli. Ja. Du brauchst ja nur 20. Ich hab' keinen Bock mehr, ihr könnt die Base haben. Nö, aber ich hab' keinen Bock mehr. Ich wollte nur sagen. Wollte gucken, wo ihr seid. Aber, nö. Wann die? Ja, jetzt ist das Spiel. Wo? Was weiß. Ah, das ist der Hälfte. Warum? Ähm. Was gut? Der war kein Fallschirm. Der wollte sich rippen, der wollte sich rippen. So. Ah, Zauber verlassen. Ah, wir haben... Getildet. Nach einer Stunde haben wir jemanden zum Recht schritten. Ja, stößt weg. Naja, ehrlich, wo ist ein Sight Tribe, ey? Nö. Und ein anderer Tribe hätte lieber mitgespielt. Da wirklich vier Leute, von denen ich bin. Hauptgefell. Ja, am Strand sehe ich auch keinen Raptor, sonst ist vier Malet voll, aller. Ähm, willst du schreiben, dass die Ninjas nicht da sind? Naja, wozu dann? Wir werden sich schon selber melden. Wir dürfen uns allgemein wahrscheinlich dann nicht mehr mitmachen. Na gut, ja. Ja, guck mal, wie jung war denn der? Ich weiß nicht, wie der recht vom Tribe gewesen wäre, aber... Wieso ist der Tribe nicht tot? Oh, die wissen alle, wann es startet. Können ich, meinte er. Ich verstehe sowas einfach nicht. Ich auch nicht, aber es macht noch mehr Spaß, hier zu raiden. Hoxig. Der pisst euch. Wir wurden sozusagen geradet. Kann man so auch dritten. Das ist immer hier ein Kampf gewesen. Gingst du doch nicht, wahrscheinlich gegen seine Tribe-Mails. Sind die eigentlich wieder am gleichen Tribe? Was ist das jemand? Äh... Weil mit wem spielt der? Äh... Weil sonst... Letztes macht er, glaub ich, mit Shinichi und... Nein, Shinichi ist was anderes. Oder der spielt mit AC Shinichi. Weil die sind beide in Inni. Und wenn er dabei ist, dann... Ja, viel Spaß. Das ist wie letztens bei Skillarkiller. Zweite Session. Ich hab den Skillarkiller-Typ mit nem Bogen getötet. Der hat ne Flinte bei sich. Nachdem ich den getötet hab, ist er Rage-Gutte. Ja, klar. Wir hatten die eine Session in der ersten Session direkt weggeradet. Oh, okay. Deswegen. Wir haben halt alles verloren. Der ist alleine rumgelaufen und dann hab ich ihn abgefarmt. Ah. Sind weg. Na, kein Traktor hat er. Aber ein Tapper Java in Rot. Super. Ja, oder? Folgen heißen. Hier ist kein Holz mehr drin. Das ist Mithy hat genug. Äh, wir können ja sonst gleich mal mit O, zu dritt, zu viert rüber auf die kleine Lava-Insel. Wird rum, ich brauch irgendwas zu machen. Und dann ein paar Saber-Typen. Und Schettin-Fahr. Nehmen wir uns zwei, drei Saber-Settel mit unserem Gemühen. Alleine möchte ich da nicht hin. Deswegen, ja. Hallo, jetzt. Timo? Ja, mach ich. Wenn ich die Kleider fertig hab. Dann mach ich schonmal einen Floß. Jetzt ist ein Hit aus Mithy immer 500 betreut drinnen. Achso. Aber einer? Einer sollte ja hier bleiben dann. Mindestens, ja. Aber ich würd da gern mit tun. Mann, hier sind so viele gut aus der Etappe. Ich wär auch mitkommen. Dann geht... Geht Impi, Timo und Odix, wenn ich es richtig sehe. Und jetzt wer bleibt. Ich tame. Und ich tame auf unserer Insel ein paar Sachen. Ein Parasaurus zum Beispiel oder sowas. Ja. Ja. Selma noch wartet, bis er dann getamed hat, dass die do Wanks Alarm haben. Wenn du Tech-Parasaurus siehst, ähm, bitte tame. Garantier. Also auf jeden Fall tame, weil da machen wir davon ne Zucht. Ach, das ist eh ne Zucht. Das ist Elektronik. Ja. Elektroniköl. Ja. Und Metalöl. Metal. Wow! Oh ja! Oh, 145. Oh yeah! Ja. Oh, vielen Dank. Und jetzt rein. Oh, vielen Dank. Oh, ja! Oh, ja! weiter einfach den aufgang weiterlaufen einfach weiter da raus linke seithalle oder mittig ich hole dich ab und ein kanusattel am besten weil ich gehe auch hier aber auch bei mir vorbei ich denke ich ja wenn du kannst und hier runter dass ein einzelner stelle wird zwar unten sterben es sei denn wir machen da gates oder so hin aber mit dem kann man halt auch mal kurz zur insel oder so oder pern holen kann man damit richtig gut stimmt und hat fucht ja was meinst du das ist besser ein crossbow zum top bauen oder ein 260er bogen ich kann kurz dote schauen wir können schneller ausrechnen dort hier zum beispiel die todeswahrscheinlichkeit ist höher bogen 52 bogen 103 also wenn der 260 hat das 60 prozent besser als ein crossbow zirka ein paar pfeile weniger ich weiß nicht wie das intervall das unterschießen muss ja die todeswahrscheinlichkeit ist höher das heißt du kannst das sicherlich damit schwache die mussten ja selber zum beispiel also ich würde lieber crossbow nehmen und bogen für pvp ok narcofalte ich gehe aus so einem trilo bald immer 20 pern raus haben wir ob sie auf ja hier auf der insel was ist jemand doch weil wenn dann würde ich weil sonst würde ich 20 pro die einfach mal so kraft mit ob sie zumindest wenn wir auf der brücke doch gibt es noch andere kinguin sports außer die insel da ja und ein eispalast ist sinnvoll dort welche hinzusetzen weil die porten ja ja später wenn wir dann genug haben teleporter oder genug ressourcen dafür dann machen wir das auf jeden fall sicher dass die pfeile reichen ich habe nur noch 20 ja weiß ich nicht wenn nicht kommt zum kraftau ich kann auch zu dir kommen dann gebe ich dir um die hälfte meiner als nummer 30 wie viel weight habt ihr geskillt oder wollt ihr skillen ich gehe auf sechs sieben hundert äh ich droppe fliegen ich habe jetzt zweieinhalb tausend schittieren dann brauchen wir noch mehr mörser keine aber der raptor könnte gerne mal fressen dann hast du timo hast du was reingelegt oder ja vielleicht habe ich reingelegt ja aber auch soweit ich weiß auf keine narkotiks äh dann verliebt sie na mein raptor ist fertig ja ja ding liegt ich brauche noch handschuhe um sich ready äh warten wir auf mich oder gehen wir ohne mich du kannst dich dergo liegen lassen du musst da jetzt nicht eine halbe stunde rumstehen ja warte ich fahre so einen silber sattel habe ich trotzdem aber kriegen wir die mega losaurier da ohne geteilt die losaurier da ohne sind oh vor mir ist nur raptor acht aktiven dinge oder was da ohne sind die 50er hai ach mega lodon alter ja er fucht schon lodon wohne in unserer bucht das tot nasa ach special ach so тел blut blutet blut Ja, nein. Drei Kuchen und bisschen Energiegebräu. Naja, mit Kugelcreme und Schnecke. Lett ist der letzte Kehlcreme. So, ich kann mal sehen, ob er ist. Mit deinem Leder. Ich hab schon, danke. Okay, mach ich da was wohl aus. Wohlerschaden ja nicht. Ja, ich bin stuck. Das Game, Alter. Das ist immer noch nicht hier. Das ist ja, dass die Finos auf Passiv und Fliehen gesetzt werden. Wo ist Zücken gerade? Im Wasser, in der Mitte. Ich bin runtergefallen. Da kommst du mal rein, kommst du in die Wucht. Ja. Also runter, mit der Leiter. Oder falls schon wieder vonmachen. Weiß ich nicht mehr. Äh, mit Floß am besten. Sonst ist der Raptor trotzdem weiter stuck. Man sieht richtig... Die Aufnahme kann ich echt posten, Alter. Da sieht man richtig, wie lächerlich dieses Spiel ist. Ah, danke. Okay, okay. Kommen Sie doch nicht weg? Nein. Ich will einfach sterben. Deswegen brauche ich hier unbedingt jemanden mit Floß hier. Ja, ich hole eins. Ich krieg 300 Schaden, gefühlt. Vorrang des Steinnachs mit 600%. Krass. Krass. Ich habe einen Dodo-One-Hit. Ah, ein Wurf kostet Halt, ne? Hm. Wie viel? Weißt du das? 80. Ich dachte, wir haben schon eins. Ich crafte noch nicht mehr. Boah, ist krank. Ey. Mach jetzt eins. Da wird gecraftet. Wir müssen aber auch am besten mit Rampen bauen, ne? Dass die Dinos dann hochkommen können. Ja, das können wir später noch machen. Ich fühle hier ein bisschen. Ja, das ist so geil. Ja, das ist so geil. Ja, das ist so geil. Ah, wie weit bist du denn? Relativ auffällig. Fahr einfach in die Bucht rein, dann siehst du mich schon. Ich fliege auch mit einem Fallschirm über der Bucht. Hm, irgendwie hat es schon mal geschafft. Du rechts anrufen. Ah, ich glaube ich sehe es, oder? Ja, ich sehe es. So weit, okay. Na, ich war halt. Du wolltest halt den Stand runter. Und runtergefallen für mich. Da ist Sets. Schreib doch nicht ab. Playst du doch. Ich kann Una was auch nicht. Ich wollt ja. Und er kann es auch nicht. Ups. Ja, jetzt duck ich noch mehr. Oh Mann, ist das Game lächerlich, Alter. Dreh dich. Komm es nicht gleich so. Ne, okay. Also jetzt beten, dass du da hinkommst. Ja, mit mir. Geh her, geh her, geh her. Komm zurück. Hint er ab dann hin. Hint er kurz. Hint er? Nein. Ich kann es nicht. Ich habe es gleich. Ich habe es. Hier. Ah, er hat schon eins. Okay. Ah, so geht ja nicht. Das Game ist ja so gut. Moment, Moment. Mach du nur das Ding weg. Könnt ihr mich mal anfahren, bitte? Moment, Moment. Warum könntest du auch fahren, wenn die Säge dran ist? Weiter. Du musst mich kurz crashen. Okay. Ich habe jetzt das Modell noch. Danke. So, jetzt nicht Wunder fallen, hoffentlich. Ah. Naja, close. Ich bin umgefahren. Es ist so lächerlich. Du kannst aber da, wo der Ding entsteht, rechts rauf springen. Da hoch gehen. Da, wo der... Wer ist das? Manta. Was auch immer war. Ja. Kannst du mich nochmal crashen? Ja. Mit der Foundation. Jetzt bin ich Hardstuck. Die Foundations. Ach, ich schwimme den Rest. Das ist Müll. Wir brauchen unbedingt ran. Lass mich mal hoch. Das musst du auch sagen. Ja. So, stehbleibe. Raptor, komm her. Nein, ich will jetzt weiter. Ich habe eine Rampe dran. Ja, egal. Jetzt bin ich schon fast am Ende der Bucht. Ich bin doch hier jetzt schon fast am Ende. Soll ich dann jetzt wieder zurück schwimmen? Ich habe eine Leder-Tool, die kam mit 6 Euro. Alles hinter dir. Oh, Tierstrand. Alles fein. 130 ist der Schwarze. Lass mich kurz drehen. So. Als ich nicht gedreht, hat es geklappt. Ich habe gesagt, lass mich kurz drehen. Ich bin nicht im Leggings-Stand. Na gut. Habt ihr alle Spyglass mitgenommen? Mhm. Ich habe immer noch einen Thula-Sattel, by the way. Ja. Aber gut, nice. Okay, danke. Ich habe es nicht für Jürgen. Ich hatte es keiner mitgekriegt. Alle reden über Thula sei krass und dann nix rein. Ja, ja. Ist auch richtig geil, ja. Wir mussten überlegen, es ist halt nur ein Wörter. Ja. Und er hat nur 33 Amor. Gibt besseres. Eine Leder-Rüstung mit 600 Halbbarkeit ist doch schon lecker. Du find? Nein, leider nicht. Aber hat nur 28 Amor. Vor einem Motorboot. Ah! Es war so klar, Alter. Es war es klar. Fahr! Mach schneller! Ja. Ach, outplayed. Erstag. Jetzt nicht mehr. Outplayed. Lang es kein Alpha-Wal ist, macht er jetzt dann nicht so viel damage, ne? Nochmal outplayen. Ja, wir sind auf dem halben Weg. Ich glaube, viermal beißen und dann ist rum. Einmal hat er schon. Ich glaube, das erste Mal hat nicht gezählt. Oder ne, das Boot wackelt dann. Ich glaube, der hat noch gar nicht getroffen. Der hat noch gar nicht getroffen. Ach, zum Glück leckt der Server. Ich glaube, das wird Walen. Bei mir ist auch keine. Jetzt hat er gebetet. Jetzt hat er gebetet. Aber wir können Sache farmen und reparieren. Aber ich glaube, jetzt beißt er nicht mehr, oder? Muss ich gleich abreden. Ne, jetzt kann er nicht mehr. Jetzt muss das dreht ab. Ja. Mach's rein. Warte, ich dachte, er kommt aus dem Wasserhaus. Du stirbst. So. Raddenke, Boot reparieren beim Rückgehen. Äh, Achtung, da ist ein Kano. Das sind die Flächen. Level 20. Achso, er muss mindestens fünfmal beißen, bin ich der Meinung. Was denn? Ja, Primate packe ich mit da rein. Falsch, so. Ja, Frankl haben wir. Fährt da schonmal ein Saber? Ne. Wollte ich noch nicht sehen. Ohne Rex, 95 der Rex. Saber ist 100. Male, können wir mitnehmen. Nur der Rex ist halt... Ah, wobei, der H95 ist schon... Oh, da sind noch mehr Saber, zwei Stück. Ich guck mal nach Wiffeln. Ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Und 60. Ja, der 100er und der 60er. Äh, der 9er. Ja. Ähm, dann müsste ich... Ist das der dunkle? Ne, der helle, der helle Der helle willst du, okay, ich kümmere mich um der dunkle Achtung, ah Ja, das ist gut, wenn der dunkle kommt Oder mach du nur mit dem Raptors uns Polan? Ja, ich warte das auf mich Achtung, einer ist gleich wieder wach Ja, kann ich Komm, geh auf mich Nicht zu zweit auf den Saver schießen, ne? Ich schieße auf den schwarzen Du brauchst auch nicht Das ist Angriffsverschwendung, außer du hast 2,3 mitgenommen Ja Du hast ja aus Verschwendung, oder? Du hast mir mehr Ja, ich hab mehr mit Ah Kann ich weiter? Welches gern noch irgendwas? Wir könnten uns zum Schluss kommen müssen Nee Okay Da würde ich fünfmal sterben Ist die Bola eigentlich so voll Äh, hier ist noch ein 100er Saver Ja, das war der, den wir auch noch machen wollen Kannst du zu mir ziehen? Kann ich Oh, der ist jetzt hier nicht Versagen, der Galli-Sattel Nee, nee, dich hab ich nicht im Endeffekt Achso Ah, ne Gott War's nicht Dahinter ist aber noch Ich weiß nicht welches Level der ist Ich hab ein Galli-Sattel mit 160 Amor Lul Oh, pack doch nicht so Und Stoffschuhe mit 113 Amor Natürlich hat das ein Raptor getroffen Dieses Game, Alter Net in de Kopf Selber net in de Kopf schießen Ja Doch, drei, vier Schüsse in den Kopf Und danach in dem Körper Okay Okay Na, dann glaube ich schon weg, ne? Ja Stell dich gleich, schrei ich vorne, dass er zu mir kommt Na mach ich gut Ist das der? Ja 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 Ich hab... Äh, ja Dann komm mal durch jetzt Warte, komm mal ja, Kodex Dass ich vorne draußen hin kann Nee, ich suche jetzt weiter Wollt Primey draußen hin? Ja Ja, das sind's Dauert doch eben bisschen Nach der Frist Ja, hab mir was Ich will den nächsten 95 Ja, gut, wir können Was? Ja, sonst, dass wir erstmal die beiden Thames und dann Heide besuchen, aber Aber wenn er mich schon so doof anguckt Da haben wir wenigstens zum Wasten, weißt wie ich mein? Ja Den haben wir aber im Kopf, damit's schneller geht Da war ein zu dir gelockt hier noch hinter dir? Ähm Den wir rein Warum wohl dann? Der läuft gerade aus Wupp, geht Ich geh mal kurz auf die andere Seite Dann Komm ich gleich wieder wegen Prime Ja Ja, mein Kano-Sattelkörper Ja, liegt auch Äh, ja, das ist ja oder was? Ja, das ging nur noch mal von den Treffen Ja, ich selber liegt auch Also zwei haben wir jetzt schon mal liegen Achso, ich komm wieder zurück Keiner liegt auch Drei haben wir dir liegen Dann nimm raus, also Prime Alter Wenn die aber kaum viel brauchen Nachschauen, super Aber Um, um die 100 waren die alle rum Ja Ja, zwei Stück Ja, noch nix nehmen gelegt, oder? Nö Oh, hier kommt sogar direkt ein Drop Oh, ja Äh, kannst du noch Rex abstauben? Der ist fast tot Wo ist denn der? Und am Strand Geht das? Ja, auch nix nehmen Rex abstauben Und nach der Pause würde ich dann zurück Dann gucken, dass wir Abhol die Insel kommen Ich spreche mal Fiverr-Busch Die haben schon Einen Tick-Parasaurus Fertig Oh, perfekt Aber das ist halt nur männlich, leider Egal, du musst die abreden Heiß-Membrus Okay, Fiverr Level ist höher gegangen Ne, hier nicht, in der Mitte Kann ich jetzt helfen? Ich kann dir nicht hitten Ah, ja Ach, warte Ach, warte Wo sollen am Ende die Hauptbase sind? Äh, darauf ist, äh Wolltest du nicht auf die Klappe, also auf die Brücke Hm So entscheiden, so Ich will wissen, wo er das hinhaben wollt Ist egal Brücke wär doch eigentlich nicht besser, oder? Darf ich looten? Ich hol wieder Sabi-Blueprint Erster Sabers fertig Warten hattest du mitgenommen, ne? Wohl nur einer, oder? Ne, warten, glaube ich Oh, ja Boah, der war auch erstmal Level Äh, der Kano da hinten ist Level Ach, müssen wir ihn nachher Pause machen Ja, äh Ja, äh Ja, äh Mit Gigathames, dann sag ich was vor Sag ich nicht Rund 700er, äh Steinachs-Blueprint Blueprints sogar Ja Und da haben wir's Bis gleich Ja, bis gleich Äh, 20 Minuten Jemand Lust auf LoL Ich bin vorher zurück Ja, ja, ich bin nachher mit Rolex, LoL Ah, ist schon weg Bis gleich Bis gleich Bis gleich